Hallo, mein Thema ist in vier Worten gefasst. Vater-Mutter-Kind-Maßnahmen. Das ist der offizielle Begriff. Sagen wir einfach Mutter- und Kind-Kuren. Diese sind seit vier Jahren Pflichtleistung der Krankenkassen. Das habe ich im Bundestag bereits im Jahr 2007 mitbeschlossen. Pflichtleistung heißt aber nun längst noch nicht, dass hier alles im grünen Bereich ist. Irrtum. Viele Kassen lehnen nach wie vor die Anträge ab. Im Schnitt zwischen 20 und 40 Prozent. Die Begründung lautet nicht selten ambulant vor stationär. Das hieße, die Eltern müssten erst einmal sämtliche ambulante Maßnahmen absolvieren. Sie kämen dabei nicht aus dem Alltagsstress heraus. Sie müssten zusätzlich zum normalen Tagesablauf die Reha-Maßnahmen absolvieren. Wie soll man da gesund und fit werden? Wie soll man da zu einem neuen Lebensstil finden? Wir haben in der Politik und im Bundestag aber eindeutig gesagt, der Grundsatz ambulant vor stationär gilt nicht für die Verschreibung von Mutter- und Kind-Kuren. Das scheinen aber manche Krankenkassen nicht gehört zu haben. Deshalb müssen Betroffene bei Ablehnung der Anträge unbedingt in Widerspruch gehen. Erfahrungsgemäß ändern dann die Kassen ihre Meinung und gewähren eine stationäre Kur. Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte Kontakt zum Müttergenesungswerk auf. Es unterhält mit verschiedenen Partnern Beratungsstellen. Oder Sie nutzen die unabhängige Patientenberatung. Erreichbar ist sie unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 011 77 22. Nicht nur als Familienpolitikerin, sondern auch als vierfache Mutter und siebenfache Großmutter weiß ich, der Familienalltag hat nicht nur schöne Seiten. Die Mehrbelastung der Mütter und auch der Väter kann die Gesundheit strapazieren. Nicht selten wird man dadurch krank. Zumeist merkt man das auch sehr spät. Und der einzige Weg zur Lösung der Probleme ist dann nur noch eine stationäre Kur mit dem Kind. Darauf haben Sie einen gesetzlichen Anspruch. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Ihre Katharina Landgraf